Damit kann man auch im Dunkeln die Gegner noch sehen. Atomwitz. Voll der Atomwitz. Alles strahlen. Oh Gott. Jetzt fange ich schon mit solchen schlechten Witzen an. Jetzt, jetzt, spätestens jetzt, sollte jeder wegschalten. Da, schwer. Was ist das denn für eine... Mit was schießen die da schon auf mich? Ja, verdammten Mistkerle. Naja. Ja, genau. Geil. Oh, die Commander, wo stehen die... Wieso stehen die Commander immer noch ganz vorne? Ich hab's noch extra auf hochreichweite gestellt, damit sowas nicht mehr passiert. Ach, schießt, Amri. Na komm. Hä? Äh, Moment. Okay, einem... Ach, ich weiß, alle drei einfach mal... Äh, am wenigsten... Fördert... Oh Gott. Mach mal hier ja ganz langsam jetzt. Geht das so? Geht so. Gerade so irgendwie. Oh Gott. Oh Gott. Wird noch gebaut? Nein. Also schick los mit Mist. Los, 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 los. Alles los hier. Los damit. Los. Oh, Scheißen, Dreck. Konstruktion abgeschlossen. Äh. Äh, da ist er ja. Das hab ich schon einen Moment lang gedacht, die haben einen meiner Commanders gekillt. Besser ich speichere, bevor sowas wirklich noch passiert. Glaub ich gleich. Hier, mach platt. Sie haben so viele Verteidigungsgebäude da drin haben müssen. Ich mein... Die haben auch hier keine Chance. Warum bauen sie das Zeug überhaupt? Geben das einfach auf. Ich mein... Was wollen sie denn groß machen? Pff. Das lächelige Kollektiv-Borg-Verschnitt hier, äh. Pff. Los, platt machen. Nummer drei, meldet. So, drei fährt jetzt mal ein wenig da weg irgendwie, so. Und ich weiß, die mal ein wenig war davor. Nummer drei, meldet. Nö, was steht denn noch? Verteidigungsgebäude. Das wird natürlich wieder nicht kaputt geschossen. Nein. Oh Gott, nein. Die Basis ist ausgelöscht. Hab ich wirklich noch Artefakt gekriegt? Nein. Ach, ihr seid so geizigen Arschlöcher. Beschwer ich mich auch öfters, hab ich festgestellt, ne. Dass ich irgendwie nie was krieg. Und wenn ich was kriege, ist es mir immer noch zu wenig, ja. Ich bin verdammt gierig. Na gut, fahren wir mal. Da, 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 da. Und was ist das? Und noch viel wichtiger kriege ich dies auch. Oh, scheißen Dreck. Na gut, solange es keine Lancer-Türme sind, ist alles noch im grünen Bereich. Okay, Grundlagenforschung, komm, noch. Aufhängung mit Sturmgeschütz. Aufhängen wir was aus? Panzerberechnet Flügel stabilisiert Treibkäfiggeschosse für Geschütze MK3. Okay. Kann man es mit der Namenslänge auch irgendwann übertreiben? Waffenforschung abgeschlossen. Vierläufiges 76mm-Hochgeschwindigkeitsautomatisches Schütz. Okay. Hey. Das klingt extrem. Äh. 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 Aber irgendwie... Ist das das Richtige? Äh, scheinbar. Also irgendwie... Bumst das jetzt nicht so wirklich rein, ne? Also irgendwie... Nö. Okay, es schießt schnell, aber... Ich bleib aber beim schweren Geschütz. Waffenpower vor Waffenfeuergeschwindigkeit. Sonst krieg ich den Feind ja nie tot. Oh Gott. Ich glaube, das wird gerade nicht so ganz werden, wie ich mir das vorstelle. Oh, doch. Gleich jetzt. Oh, machen wir noch die Verteidigung hier platt und killen zumindest mal diese scheiß Artillerie hier. Na komm, macht's platt. Da, das machen wir auch noch platt. Oh Gott. Oh, komm. Das Ding machen wir noch platt. Und dann... Erstmal speichern, weil... Das, was ich jetzt vorhabe, ist mutig. Vor allem, wenn ich schon wieder sehe, ist meine Einheiten nicht wegkommen. Na, macht den Turm platt. Macht ihn platt. Oh, komm. Vielleicht gibt's noch ein Artillerie, wenn ich hier was kaputt mache. Oh, und da hinten steht die Artillerie. Geil. Ewig weit weg. Ah, komm. Macht's platt, das Ding. Oh, macht's halt platt. Ich wollte eigentlich das Basisgebäude und nicht mein eigenes kaputt machen. Oh, und ihr geizigen Arscher, hier gibt mir natürlich kein Artillerie. Nein, warum auch? Komm, macht's kaputt. Oh, Gott. Wie schießen die gleich ihre eigene Basis? Na, komm. Jagt das Ding endlich in die Luft. Na, also. Jetzt... Oh, Gott. Geil, wie sich alle da neigpressen müssen. Wo ist mal kaputter Commander? Oh, komm. Wo ist er denn? Hallo? Ah, der schön ist, die sich alle so abweisen, aber irgendwie... Nee. Äh, was kann ich noch erforschen? Oh, das erforscht schon. Okay, was... Oh, mit Aufhängung, okay. Aufhängung mit Stimmgeschütz. Ich bin mal gespannt, was das bewirkt. So, was macht mein Status? Also, dich weise ich mal im ganz guten zu, wenn ich den finde. Äh... Äh... Schwierig. Ja, buh, genau. So, dann habe ich einen, der ist nicht ganz so gut, aber immer noch ein wenig besser. Den weise ich mal zwei davon zu, wenn ich den finde. Oh, gleich auf Anhieb gefunden, was ist denn jetzt kaputt? Ich hoffe, fahr da mal aus dem Weg. Na komm! Boot, 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 boot. Boot, boot, boot. Boot, boot, boot. Boot, boot, boot. So, jetzt... Nein, nein. Äh, hey. Ah, da, da. So, wie viele Einheiten fehlen noch? Wie, genau voll? Nein, nicht genau voll. Ihr Zweifel bleibt mal in der Basis als Reserve. Und was ist abgeschlossen? Ah, die Forschung. Was bringt mir das jetzt? Bestimmt irgendwas mit dem Geschütz, oder? Ja, wie überraschend. 196 ist es mehr geworden? Glaub schon, ne? Nö, doch, vielleicht. Ja, ich bleibe auf jeden Fall mit dem Geschütz. Gibt ja kein Video mehr ab im K3, ne? Nein, nur... Oh, scheiße, ist ein Dreck. Reparieren. 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 Zwei Stunden warten. Ich hab verstanden. Eins. Zwei. Drei. Vier. Okay, das ist jetzt im Prinzip ziemlich unnötig, weil ich nach der Reparatur wahrscheinlich eh gewonnen hab, aber egal. Fahrt mal da rüber, komm. Vielleicht wird's dann was. Hm. Ich hab immer noch so navive Hoffnung, dass das irgendwann doch mal möglich wird. Ja, ja, das ist mir zu... Hm. Muss ich aufpassen, was ich jetzt kaputt mache, sonst wird's so gleich wieder vorbei, ne? Und ich krieg' leider noch ein Artefakt. Das wär schön, das wär schön. Uiuiui. So, seid ihr alle... Seid sogar alle halbwegs repariert? Beeindruckt? Wirklich? Ich bin fast schon ein bisschen beeindruckt von euch. Ne, gut, der eine da überhaupt nicht, ne? Der wird wahrscheinlich auch gleich draufgehen. Ah, Moment, ich schick' den... Ah, genau. Herrlich. Es funktioniert halbwegs mal was. So, die Hälfte wird wahrscheinlich gleich wieder umdrehen, wenn ich den rüberfahre. Würde ich mal sagen. Konstruktion abgeschlossen. Hö, ach so. Die Konstruktion meinen die... Hm, wir speichern irgendwo. Da ich je keine Übersicht hab, wo ich immer speichere, weil ich mir das eh nicht merk, irgendwie, überhaupt nicht. Was? Ach. Ach, ich bin noch auf eine Halbfahrer Geschwindigkeit, deswegen geht das alles so schnell. Hab ich mich schon gewundert. Konstruktion abgeschlossen. So, jetzt weisen wir dem noch was zu. So. Wie, die greifen mich nicht an? Hab ich hier die ganze Artillerie schon platt gemacht, oder was? Kann doch nicht sein. Die steht doch noch da, oder? Ja, die steht noch da hinten. Oder ist das nur diese eine Artillerie gewesen, die so weit schießen kann? Hm, das wäre natürlich auch möglich. Konstruktion abgeschlossen. Oh, ne schöne Sache. Platt machen, komm. Hm, was machen wir jetzt zuerst platt? Machen wir die Artillerie erst mal platt. Drei fährt jetzt erst mal zurück in die Heimatbasis. Hier hin. Kümmert euch halt nicht um so belanglose Dinge, sondern macht mal das hier kaputt. So, speichern. Ne, jetzt ist noch ein Atefaktkrieg und dann gleich ist die Mission vorbei und ich kann es nicht erforschen. Da, das soll der angreifen. Vielleicht da drin? Atefakt? Na komm, macht das Ding platt. Es soll nicht weiter hinterfahren. Oh nein, Moment. Lass es ganz, lass es ganz. Ach, ich hasse euch. Na ja, egal. Ach, da oben sind auch Türmänner dann. Ist da noch ein Atefakt drin? Komm, gib mir noch ein Atefakt. Komm. Bitte. Na ja, jetzt jagt das Ding noch in die Luft. Atefakt. Das ist kein Atefakt. Das ist Bullshit. Kein Atefakt für mich. Oh. Jetzt bin ich traurig. Menno. Scheißspiel. Da fällt mir einmal ein Wäsche ist noch ein Trockner. Die sollt ich mal raustun. Das ist, weil ich diesen Meisterakt gewonnen habe und die Türme zerstört habe. Ja, wird noch einen Moment dauern. Ach, jetzt muss ich... Diesmal muss ich selbst zurückfahren, oder wie? Nein, ich muss nicht zurück selbst fahren. Okay, hier würde ich mal eine kurze Pause anlegen, denn ich muss mal nach meiner Wäsche schauen. Dann bis gleich. Und, so, und weiter geht's. Weiter geht's. Missionsbesprechung beginnt. Wir können nun bestätigen, dass die Rakete auf die Alpha-Basis gerichtet ist. Evakuierungsmaßnahmen werden an diesen Stellen eingeleitet. Für den Fall weiterer Schläge müssen Sie eine Sicherheitszone für die Evakuierung der Beta-Basis einrichten. Dieser Ort liegt außerhalb des Detonationsradius der größten Atomrakete. Löschen Sie alle feindlichen Truppen aus und sichern Sie das Gebiet mit Lundtimer aktiv. Oh, schön. Und warum wird die Basis hier angezeigt, wenn es doch zur Alpha-Basis fliegt? Eine verdammt gute Frage. Denkt mal drüber nach. Das macht keinen Sinn. Das ergibt keinen Sinn. Das ist, glaube ich, richtig, oder? Wenn das keinen Sinn ergibt, wieso rede ich dann da drüber? Und warum schaut ihr euch den Mist an? Gute Fragen. Habt ihr dafür auch gute Antworten? Tja, wahrscheinlich nicht. Naja. Okay, das, was ich jetzt erzählt habe, ergibt keinen Sinn. Ergibt keinen Sinn. Wenn es keinen Sinn ergibt, warum rede ich dann da drüber? Und warum wiederhole ich mich jetzt schon wieder? Und wo sind meine Baufahrzeuge? Oh Gott. Eins? Wo hat er die denn jetzt wieder ausgeladen? Da unten. Ja, genau, wo sie braucht. Komm, ich hab doch nur eine Stunde Zeit. Mein Commander ist ja noch nicht da. Naja. Hopp, weg da. Mach mal eben Platz hier. Nein, nicht mein Commander, der muss da rein. Was bist du? Das Baufahrzeug ist schon drin. Nein. Hallo, du sollst da reinfahren. Habe ich schon einen Punkbuster dabei? Bunkerbuster? Ach ja, richtig, ich baue jetzt nur noch Tankkiller an der Stadt. Ja, richtig, ich hab gesagt, ich behalte die alten, baue aber nur noch die neuen. Warum mache ich das so? Weil ich das für kluge Ideen hielt. Ha, ich und kluge Ideen. Ha, 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 ha. Ihr habt alle herzhaft gelacht. Moment, habe ich nicht normale? Ja genau, warum? Die waren ja stärker, nicht? Waren die stärker? Ja, schießen aber noch langsamer, egal. Das hat mich eh noch nie interessiert, ob die mal Einheiten schnell oder langsam schießen und... Boah, noch ein bisschen wie ein Niedrigframe.